Also, angucken kostet ja nichts und dann lernt ihr die ja kennen. Also, versuchen, ne? Meine Güte! Wir sind jetzt noch in der Nähe. Begegnet ihn! Geht! Geht! Wo stehst du? Haltet eure Position! Geht! Noch nicht! Ich bin der Kiel, der Kiel ist 20. Kiel! Der Kiel ist genug vor Ort. Jetzt bin ich endlich! Irgendwie sind wir, Kiel. Einmal! Kiel! Kiel ist hier. Ich werde nicht. Glaubst du? Ich ja nicht so. Sag mal, der spannt auch die Bauchmuskeln an, oder? Sag mal, der spannt auch die Bauchmuskeln an. 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 Versuch's doch. Die ist eh tot. So. Jetzt hab ich's hingekriegt. Schick ihm ab, Manu. So. 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 Geh. Geh lau weeg. Was ist denn da zu? So. 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 Eine der Leichen hat einen Schlüssel dabei. Ich habe immer gedacht, man ist in so einem Haus sicher vor so einem Mörser. Ich war in einem verkackten Haus. Fast zur Hölle. Das gibt es einfach nicht. Das ist direkt auf der anderen Seite von der... Der war direkt auf der anderen Seite. Ja toll, jetzt ist natürlich kein Tier dabei. Nein, ne? Ja. 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 Eine der Leichen hat einen Schlüssel dabei. Ja. 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 Nein. Keine Ahnung, was das für ein Mutant ist. Hat der mich gerade Spast genannt? Warte, der ist über mir. Der hat mich gerade Spast genannt. So ein Drecksack. Wo ist er denn jetzt? Noch eins drüber? Noch so einer. Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben es geschafft. Wir sind wenigstens zum nächsten Checkpoint gekommen. Die haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Fertig dran, sich guter Blümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Putscher Blümchen. Ja. Ja. Ähm... Mist. Mist. Was? Du musst dein Internet reparieren? Ja, lol. Ach, hör doch auf. Warum kommt der denn jetzt von hinten, der blöde Bär? Das ist doch nicht wahr. Schnickersnack? Was? Ich komme, wenn du fertig bist. Was? Nein. Ich schmecke gar nicht. Das ist so... Nein. Ja, für den Bär... Nee, schmecke nicht. Auch nicht für den Bär. Das ist doch nicht für den Bär-Bär-Bär-Bär-Bär. Okay. Das ist doch ein bisschen... Was? Können die Dinger nicht einfach bitte explodieren? Oh mein Gott, warum sind hier jetzt zwei bitte? Drei! Nein, ich habe keine Munition mehr! Ah, zu meine Grütel! Die sind wirklich geizig, was Muni angeht, ja? Die sind richtig geizig! Oh Gott! Die sind richtig scheiße geizig! Oh Gott! Schwer ist das nicht, nein! Hello Kitty geht immer unten! Hey, so schlimm ist es gar nicht! Was ist das beste Geschenk für ein fünfjähriges Mädchen? Malbuch! Ja, oder Toni Hörfiguren, ja! Ja, die sind richtig geil! Ja lol, weil ich ja eh so viel habe! Ich habe mehr getötet, als du dir vorstellen kannst! Ach, komm schon! Ich hasse euch! Ich habe seh, dass ich noch nicht verstanden habe! Wie lange ist das? Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. No, 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 no. Oh, weil ich gerade was getrunken habe. Das wird heute nichts mehr. Ich habe das dumpfe Gefühl, das wird heute nichts mehr. Das wird heute nichts mehr. Ja, genau. Kapalo mit Hut. Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist eine nette Spielerei, ja. Ich hasse gerade alles. Ich hasse wirklich... Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Knur Fütina. Kapalo, dankeschön. Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Knur Fütina. Danke, 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 danke. So, und Baschur wollte Hass haben. Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Little Cass. Du, bi, du, bi, du, bi, du, bi. Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Knur Fütina. Vielen, vielen Dank, Kapalo. Und Baschur, als Gott Schlauheit verteilt hat, warst du gerade auch kacken, oder? Ja, was würden wir nur ohne Kapalo machen? Äh, hier ohne Subs-Sitz. Kapalo! Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Hanna unterstrich Fütina. Stimmt so. Kapalo 29 giftet A tier 1, so du kein Unterstrich 1988. Kapalo! Vielen, 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 vielen Dank. Sage mal! Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Knur Fütina. Subtum Atemob. Du, bi, du, bi, du, bi, du, bi, du. Kapalo 29 giftet A tier 1, so du Knur Fütina. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Kapalo. Also, mal davon ab, dass du in den letzten 30 Tagen 28 Subs verschenkt hast. Holy shit. Vielen, vielen Dank dafür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bekomme Muffensausen? Naja, geht so, ne? Huch, was warst du denn? Alter Vater. Ja. Deswegen, ich, ich, ich... Bi, du, bi, du, bi, du. Echt, du bist unglaublich. Könnte man mir mal sagen, warum das die ganze Zeit funktioniert hat und jetzt nicht mehr? Nee, wir sind einen Tick weitergekommen. Aber das ist doch alles. Oh. Ich guck dir das an. So. Headshot. Headshot. Nein, ich sterb schon die ganze Zeit. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass du wieder da bist, G-Man. Denn ich sterb schon die ganze Zeit. Also, es liegt nicht an dir. Alles gut. Dauersterbesendung, genau. Ich sollte meinen Kanal... Ich sollte es einfach nicht mehr Content ohne Skill nennen, sondern einfach die Dauersterbesendung. Ja, ich weiß, dass da fester stehen, die Bummen machen, aber die stehen zu weit auseinander. Fuku. Nee, da geht's nicht runter. Shit. Ah, ich seh sie noch nicht mehr. Oh. Ja. Oh. 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 Es gibt's nicht. Nur jemand ohne ein Lara-Emoji. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin schuld. Komm, ich versuch's jetzt noch. Okay, sie machen doch mehr Bumm als erwartet. Bumm. Wieso verhalten die denn so fucking viel aus? Okay, dann machen wir das Ganze jetzt einfach mal so. Warte, 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 warte. Lass mich doch bitte mal kurz leben. Vorrücken! Ich habe schon zu lange hinter dir geführt. Jetzt nicht aufzufeuern! Ah, ich brauche mehr Moni. Molli basteln. Ich, ich habe noch Mollis. Mollis habe ich. Das gibt's nicht. Meine Güte! Rede Real Life, was? Ja, ach, du willst jetzt einen Mollibon? Warum? Jetzt habe ich ihn auch endlich mal erwischt. Oh, Mann. Das ist... Ah. Keine Munizium. Keine Munizium. Ah, man sieht sich morgen. Yo, bis morgen. Fick dich! Meine Fresse! Okay, letzter Versuch, ansonsten... Jetzt kann doch... Juhu! 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 Juhu!